Amerika ist das Land der Freiheit, die Heimat der Demokratie und das Ziel für das Terrorkommando. Diese Männer sind die Handlanger von finsteren Mächten. Ihr Auftrag ist Mord, ihr Geschäft ist der Tod. Niemand kann mich aufhalten. Pass auf dich auf, lebend Kriege nehme ich nicht. Das erste Ziel, das Black River Atomkraftwerk. Das zweite Ziel, Überfall auf eine Kleinstadt in Indiana. Das dritte Ziel, die Oberschule wird besetzt. Hände hoch, keine Bewegung! Wirtsweiß, sonst knallt's! Ich blass dich weg, bleib sitzen! Ein Mann stellt sich diesem Terrorkommando in den Weg. Ruf das FBI. Wir müssen diese Gangster auslöschen. Er ist Experte. Er macht keine Gefangenen. Er schickt sie in die Hölle. Ich verlange eine Maschine, die uns nach Libyen bringt. Ihr habt 30 Minuten! Keine Minute mehr! Ihr tragt die Verantwortung für alles, was dann passiert. Ist das klar? Noch acht Minuten! Auf der Straße wütet's der Krieg. Der Terror ist überall. Was gestern noch für unmöglich gehalten wurde, ist heute bittere Wahrheit. Sie haben eine Geisel! Terrorkommando. Sie haben keine Gnade verdient. Mit Terroristen kann man nur eine Sprache sprechen. Terrorkommando.